Das muss ja auch zwischendurch immer mal sein, ihr kennt das ja schon von sehr viel Speicher. Dann geht's sofort auch weiter. Okay, dann hören wir uns mal hier. Und ich muss sie ihr für das bevorstehende Fest zurückgeben. Aber ich habe Angst, dass ich auf dem Weg überfallen werde. Und ich soll sie überbringen. Du hast es verstanden, genau was sie so dringend benötigt. Ja, machen wir. Ich stehe in deiner Schuld. Die Götter seien mit dir. Okay. Äh, 230 Meter. 240 Meter. Leute. Ich muss wissen, wo man dieses, äh, andere Erz ausgeben kann. Das ist wahrscheinlich nicht rausge... Da müssen wir jetzt auch einige haben. Diese blauen Quester drin. Der ist nur ein bisschen Ernst. Ich brauche unbedingt mal einen Schmied. Na, außer es muss ich verbezahlen. Okay, übergeben wir mal hier die Kette. Lieferung für dich. Von einer Hethere. Dass sie überall nur Hethere sind. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann die Lieferung ankommt. Hier, dein Lohn. Das geht doch mal echt gut mit den ganzen Quests, die wir hier abschließen. 483 Meter haben wir noch was? Nee, ne? Nee. Nur das Kopfgeld für die Söndern, aber diese Stufe 30. Das heißt, die ist einiges über uns. Das heißt, wir machen jetzt die Hauptquests. Das heißt, wir können eigentlich beurteilen, oder wie muss ich da? Oh, Stufe 40. Alter, Falter. Ich weiß nicht, ob wir in das Gebiet da sein und die das auch noch wollen sollen. Bisher mussten wir ja noch nicht hin. Ich komm, man wäre auch automatisch hin. Mal sehen. So. Okay. Den weichen wir mal kurz aus, aber ich habe keine Lust drauf. Karuss. Da, der Altar des Apollon Maliathas. Ja. Okay. Wir machen mal hin. Und doch, Kassandra, spring. Da ist die Statue des Apollon. Und da der Altar. Oh nein, der Vogel. Ich komme anscheinend näher. Jetzt steht da wer. Glaubt nicht. Aber wenn man den Entdecker-Modus spielt, ne? Dann hätte man ja alles jetzt selbstständig entdecken müssen. Das wäre auch krass gewesen. Das wäre richtig, richtig schwer gewesen. Wenn man gar keinen Questmarker oder so hätte. Ich weiß nicht, wie wir das tun ist. Ihr Kultisten werdet hier sterben. Oh nein. Gott, die haben's auf jeden Fall. Mag der kein Gift? Oh nein! Die sind ja getötet bitte Mit einem Schuss Oh, Icarus hat jetzt schon zweimal so einen Angriff gemacht, ne? Das hat er vorher Ja, deswegen frage ich mich bei dir auch Riesenbaby Okay Also ich bin im Fight ja echt nicht gut Warum wissen alle, wer ich bin? Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte Ein ärmliches, kleines Ding, das im Regen weinte Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte Doch nun bist du hier Meine Familie ist vollzählig Du liest meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot Das war es Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte Doch ich nahm mich seine an Ich legte ihn auf diesen Altar Ich flehte die Götter an ihn zu verschonen Und sie erhörten mich Ähm Okay Moment, ich muss mal ganz kurz, äh Moment Ne, ich frag erstmal Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Ich rettete sein Leben Denkst du? Weil ich ihm beibrachte zu leiden Damit er den Schmerz kennt Und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen Und nun wird er der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen Du hast ihn gefoltert? Er war ein Säugling Ich lehrte ihn zu überleben Die Welt ist grausam Wer zu schwach ist, stirbt Also gab ich ihm Stärke Der jetzt hier hin Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth Der Höker sollte sie mir zurückbringen Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken Der Höker ist tot Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast Die Welt ist Schmerz Ich gab Demos die nötige Stärke Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlerfrau Es geht um mehr als meine Familie Du und dein Kult, ihr wollt die griechische Welt zerstören Ihr bringt nichts als Kummer und Leid Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben Du bist ein Mörder wie dein Bruder Hier, ich beweise es dir Mein Kind Äh, okay Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben Krüsus wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen Krüsus zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren Krüsus ist eine Dienerin der Hera Sie tut, was getan werden muss Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen Du hast ihn gerettet Mögen dich die Götter segnen Schlaf jetzt, liebes Kind Deine Martha ist hier Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten Krüsus' Herrschaft des Terrors muss enden Wenn Krüsus die Wahrheit sagt, glaubt Myrina, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben Ich habe jetzt genug Informationen Aus der Asche Freilich Krüsus treiben muss ein Ende haben Ich muss sie töten Die Göttern verlassen Ich muss mal ganz kurz hinsinnen und sagen, ob wir irgendwo was bessern Moment mal Warum habe ich so Habe ich die Waffen? Äh Das ist definitiv besser als Puh Das ist einiges mehr in Kriegerschaden, ne? Feuerschaden und Wirkung Das ist für Feuerschaden plus elf Kriegerschaden Das ist... Streitkolben Säcker-Axt Stab 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 Grenze ist greifen Schuss 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 Sperr Schuss Das ist echt eine gute Frage. Ich gehe mal. Spähe und dann haben wir das. So, Bogen. Heute haben wir relativ viel und jetzt müssen wir mal gucken, wir haben hier plus Gesamtrüstung und Kuderschaden. Denkboro. 30. Puh. Ist auch nicht wirklich gut. das noch besser der hat nämlich das nehmen ok 3 und sich rüstung mehr sie ist besser das ist auch der stück jägerschaden ist weniger aber der ist besser ok sie das nummer ändern auch weil das ist so wir freigeschaltet haben das bein zeigen schadet nie dann machen wir weiter so fest auswählen ähm ist die alles so weit weg nach athens zurück hier fest kommt das zusammen da oben ist auch eine quest noch wenn wir schon mal hier sind machen wir auf geht's das wäre bald schiefgegangen was Okay. Kannst du das entlegen oder nicht? Das scheint dir doch was stärkeres zu sagen. So? Okay. Was geht's los? So. So. Okay. Das geht nur wenn ich unten. Scheint. Hm. Irgendwie wäre das Tier erledigt. Puh. Wir haben jetzt hier die anderen haben wir schon erlegt, aber das ist ja die Frage, ne? Oh. 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 Fuck 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 Oh fuck 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 den hätte ich eigentlich besser haben Komm das her Fuck Oha den hätte ich deutlich deutlich besser haben können okay das ist scheiße gelaufen den hätte ich Fuck 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 Sollen wir es jetzt nochmal probieren oder nicht Kann ich den dann blenden, wenn ich den blende, kann ich den blenden und dann mit dem äh Dings angreifen, geht das? Ich müsste die scheiß Pfeile einmal durchschauen ne Ist das mit dem Gefeuer am Anfang? Ich weiß vorher besser sogar Äh, Moment, schon hier Hier, da ist er Hallo, wieder da Fuck 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 Was, Moment, der ist wieder hochgekommen Ach komm Ach cool Ja, ich verlasse das Kampfgerät Ich bin einfach, ich kann es nicht, ich kämpfe viel zu schlecht um den zu besiegen Okay Lassen wir es sein Ähm Da ist eine Quest, die holen wir uns natürlich Noch ab Und das hier Kämpfen kann, äh Botten kann Das wäre Vorzüglich Äh Okay Das war anscheinend nur ein Grafik-Bug Auch nice Ja, ich muss Ausrüstung gravieren, sollte ich machen und überhaupt verbessern Das werde ich jetzt mal wieder machen Das wird Ich gebe mal im Oral Shikos Im I-Ikos Oh Da ich könnte stehen sollten auch mal aber er steht schon noch kurz auf die tafel nach ob da auch noch was kommt erst endlich mal ein schmied freier versorgung 34 die quest verbessern das ist aber das ist auch schon krass es war schwer das war eigentlich zu gravieren das ist relativ günstig was machen wir denn krieger schaden schwert schaden jägerschaden 6 prozent 10 prozent kritischer so besser aber jetzt habe ich natürlich gar nichts mehr das heißt ich müsste jetzt so mal kaufen so oh mein gott das hat keiner gesehen was ich jetzt da gemacht habe das ist total unsinnig ist aber ok ähm besser ähm den könnte man verbessern könnte man nicht verbessern alles nicht verbessern weil es zu viel kostet kann man verbessern nicht verbessern das können wir ja ja muss ja irgendwo anfangen hab einen guten tag ach so ich kann noch was verkaufen vielleicht ähm also ich glaube ich verkaufe das Ding und guck mir dann halt die was ist ähm äh die materialien mein ich ich glaube das Ding ja also okay so viel war das gar nicht mehr aber gut der tag ist noch jung okay Okay, wir tun uns die Quest noch ab, bevor wir jetzt dann die anderen anfangen. Gute Nacht, Helios. Gute Nacht, Helios. Sag mir, was passiert ist. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich hab ein Kind. Du musst uns helfen. Ja, machen wir doch. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Jetzt erstes. Oh, das leuchtet blau. Das nehmen wir nochmal mit. Müssen wir gucken, wo ich das endlich habe. Speichern hier nochmal. Ihr kennt das ja. Nein, hier sind scheiß Hörfe. Oh nein. Als du das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Äh, das war Crysis? Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Krass ist das denn? Es ist eine Ehre für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist ein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Ähm. Jetzt ist Schluss, Crysis. Heute stirbst du für alles, was du meiner Familie antatest. Ich räche meinen Bruder. Nun gut. Wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann Mordekind. Du hättest dich mir anschließen können. Ja, wie feinsam ist, weil die Welt geherrscht. So, einmal. Zweimal. Und happy. So, danke an dem Wolf, der mich hier so gut unterstützt hat schon. So, das war's, Wolf. Ja? Oh, was ist denn mit dir los? Was denkst du da so doof? Hä? Das war's schon? Fluch der Schlange! Nein! Okay. Gut, dann muss ich da nochmal neu leihen. Ich muss den Kameran neu machen. Guck, dass ich vorher gespeichert habe. W réalité. Schmerz.